Hi, wir verteilen hier so ein paar Chips, gebt die bitte durch, nehmt euch eins raus, pro Pärchen, pro Gruppe reicht ein Chip und dann bitte weitergeben, ich erkläre am Ende, was ihr damit anfangen könnt. Jetzt wird es leider erstmal etwas ernster hier, bitte mal Hand hoch, wer fühlt sich wie ich durch diese ganzen Krisen, Corona, Krieg, Klima verunsichert oder alle safe? Zwei, drei Ehrliche sind dabei, wunderbar. Nochmal Hand hoch, Leute, bitte. Wer wünscht sich wenigstens einen Job, in dem er sich zu 100% sicher fühlen kann? Bitte nochmal Hand hoch, das sind schon deutlich mehr, dachte ich mir, hervorragend. Ich bin Benjamin Dumin, Bereichsleiter für Aus- und Fortbildung bei der Firma Norma und von uns bekommt ihr Sicherheit. Viele Leute haben ja von den Jobs im Handel so das Bild im Kopf, die wären unspektakulär, unattraktiv oder vielleicht in Zukunft sogar unnötig. Wenn man kurz drüber nachdenkt, kommt man aber ganz schnell zu dem Schluss, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Jobs im Handel sind abwechslungsreich, anspruchsvoll und attraktiv. Jobs im Handel sind abwechslungsreich, denn durch unsere motivierten Ausbilderinnen und Ausbilder und unser umfangreiches Schulungsprogramm online wie offline, lernt ihr jeden Tag neue Dinge, die ihr dann sofort umsetzen könnt. Jobs im Handel sind mit Sicherheit auch anspruchsvoll, denn ihr arbeitet nicht alleine an irgendeinem Werkstück, irgendwo im Keller oder in einem Büro, an einem Computer, sondern ihr habt immer Menschen, Kollegen um euch rum oder Kundschaft um euch rum und wie ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt, Menschen sind der mit Abstand am anspruchsvollsten zu bearbeitende Werkstoff, den es gibt. Sie hat es ja gar nicht, sie kennt sich aus. Jobs im Handel sind mit Sicherheit auch attraktiv, denn die Auszubildenden bei der Firma Norma können nach drei Jahren schon ihre erste eigene Filiale übernehmen und unsere dualen Studentinnen und Studenten, die starten nach dem Studium sogar mit einem eigenen Bereich. Und wenn ihr jetzt sagt, hey Handel, das klingt ja gar nicht so schlecht, das gucke ich mir tatsächlich mal an, dann ist die spannende Frage aber noch, bewerbe ich mich denn jetzt bei Aldi, bei Lidl oder bei irgendeinem unserer Mitbewerber oder bei der Firma Norma? Und dafür habe ich den ultimativen Insider-Tipp für euch, was wir bei Norma anders machen als unsere Mitbewerberinnen und Mitbewerber und wie ihr herausfindet, ob das für euch tatsächlich was ist. Achtung, jetzt mitschreiben. Ring, ring. Oh, was ist das? Oh, Telefon. Moment. Ja, hallo? Ja, die sind alle da. Ich richte es aus. Gerne. Danke. Wollt ihr wissen, wer es war? Die Zukunft. Ich soll euch ausrichten. Alle, die Bock haben auf einen krisensicheren Ausbildungs- oder Studienplatz, sollen bitte im Anschluss bei uns am Stand vorbeikommen. Ach so, und da könnt ihr übrigens auch die Chips, die mein Kollege freundlicherweise verteilt, gegen eine kleine Überraschung eintauschen. Und weil ich jetzt leider wieder mal keine Zeit mehr habe, den absoluten Insider-Tipp, was wir anders machen als unsere Kollegen und ob das für euch was ist, den bekommt ihr dann bei uns am Stand. Bis gleich.